Danke, Kinder einzusetzen, ist, dass ihr Vater Werner an Leukämie erkrankte und im Herbst 2013 verstarb. Er ist sogar per Videoausschnitt Bestandteil der Show. Andreas und Chris bedanken sich auf diese Weise bei ihrem Vater für die Liebe, die unzähligen Stunden, all die Unterstützung und die Kraft, die er ihnen gab. Er war ein sehr positiver Mensch. Er hat halt nie gesagt, das geht nicht oder das kriegen wir nicht hin. Und auch menschlich war er immer so, dass er gesagt hat, komm, das schaffst du schon. Und rückblickend, ohne unseren Papa hätten wir das so nie auf die Beine stellen können. Und bei der Erinnerung an seinen toten Vater kommen Chris die Tränen. Zu viel verband die drei. Nun widmen der 39- und der 35-Jährige ihrem Vater in der Show eine wunderschöne Illusion. Ein magisches Herz, eine ungewöhnliche Geste, so den verstorbenen Vater zu ehren. Nur wir bekommen so viel positives Feedback.